Hallo und herzlich willkommen zu 100 Gemeinde. Wir spielen Darksiders, Level Nummer 26 nach meiner Rechnung. Irgendwie sowas. Hinter dir? Hinter mir. Ich weiß ja nicht, ich wollte es nur anmerken kurz. Wohin lang? Ja, wir müssen uns einfach folgen. Da kamen wir letztes Mal nicht weiter. Okay. Ja. Da muss man die eigentlich immer kaputt hauen, bevor man sie öffnet. Ah, okay. Können wir jetzt nicht mal so einen Schlüssel mitnehmen? Verbehalten? Ich meine... Ja, da geradeaus. Da ist geradeaus. Dann können wir mal wieder 100 Liter Dämonenblut verließen. Die Augen sind halt doch echt auffall. Ja, wir stehen da einfach nur rum und warten darauf, dass wir sie töten. Ich guck was eigentlich. Wo sind wir denn da jetzt gelandet? Wieder wollen wir es. Das geht echt. Toll, jetzt hast du es frei gemacht. Entschuldigung. Das will ich haben. Sieht nach einer coolen Hand aus. Komm schon, Handschuh. Jawoll. Können wir jetzt die Dinger kaputt machen? Offenbar. Okay. So zahlen wir jetzt jetzt mal Zorn ein oder sowas. Ey, ich meine nicht das. Ja, das glaubt ordentlich Schaden. Das ist total zum Kopf. Ich glaube, die Fähigkeit ist total richtig geil. Die Zaunfähigkeit. Uu. Los, mach alles kaputt. Kannst du hauen zu, kann ich? Ich glaube, der macht ihn doch gut. Ich glaube, die Fähigkeit ist total richtig geil. Ich glaube, der Zorn nutzt uns derzeit gleich mal was. Nein, du kommst nicht mehr auf den Boden. Totaler Wurmbang, leider. Gut. Nein. Ich kann einfach nicht einmal schlagen. Ich glaube, wir haben 22 Grenzen und der Rekord ist 25. Nein, das mag ich jetzt aber noch nicht. Ich glaube, du bist doch schon bei einem 20. Ja, ich weiß. Ich finde es schon immer noch so geil. Das war gerade dein Handschuh, oder? Ja, ich wollte mal ausprobieren. Das war mir auch ganz nett. Jetzt kann man die anderen wegschauen. Dann kann man die anderen wegschauen. Dann so gut. Ah, jetzt haben wir gleich wieder genau Pull-A-P schon mal. Ein bisschen fehlt. Wo war es da? Mal schauen, ob das geht jetzt. Hauptsache man haut es kaputt. Noch einer. Und du hättest zwei, oder? Nein, einen haben wir doch schon eingesetzt. Ah ja, stimmt. Entschuldigung, da hinten. Hau mal auf. Diese scheiß Schwingen, ey. Machen uns solche Hoffnungen und dann... Bats. Boah. Ein krasser Schlüssel. Schau mal nach links, schnell. Anderes links. Gut. Die wollen uns auch wirklich zeigen, dass man die Dame zerstören kann, oder? Einmal reicht nicht. Keiner Zufall gewesen sein. Los, schwimm. Los, schwimm. Waren wir hier schon mal? Nein. Da sollen wir hin. Sicher. Ah, cool. Toll. Ich bin mir halt runter. Da kommt es ja wieder hier hoch. Ja, da ist eine Treppe. Oh, Mann. Oh, ne, wir machen eine Zaun-Truhe. Auf Zaun-Truhe. Auf Zaun-Truhe. Auf Zaun-Truhe. Das wäre richtig toll, das Spiel. Ähm, das sind noch mehr solche Gänge. Vielleicht sollten wir die einmal absuchen. Oh dear. Ne, das ist glaube ich nur... Das ist nur Gesundheit. Das ist nicht mal ein Gesundheitsstück, sondern einfach nur Gesundheit. Wir haben genau volle Gesundheit. Da ist gar nichts. Sind noch mehr solche Gänge auf der anderen Seite? Da kommen wir hier. Da ist gar kein Gang. Wolltest du nicht noch mit ein paar Schwingen an den Wänden runtergleiten? Ja, okay. Gibt es hier auch nichts zu tun. Ich sage ja, wir sind so ein Gruppenautoriker. Das geht hier, glaube ich, auch. Ne, das geht es nicht über die Stufe. Okay. Das Rechtsklick. Wie, wie hieß das? Toll. Jetzt kannst du runterspringen. Rüberspringen, oder wie? Was sollen wir damit bitte schön machen? Kannst du das frei bewegen? Ne, ich glaube, da muss ich hin. Da kannst du dann da hoch. Wenn du es da hintiebst, kannst du da hoch springen. Wo hoch? Da hoch. Stimmt. Magst du nicht mit dem Tremor-Hieb das wegschieben? Ne. So ans andere Ende der Halle. Ich muss mir langsam richtig denken, gell? Ja. Ich denke, das müssen wir ja. Das haben wir noch nicht benutzt, gell? Ja, das haben wir. Haben wir das benutzt? Ah doch, klar. Ich weiß schon nicht, was es uns gebracht hat. Doch, wir sind von oben nach unten gekommen. Das hatten wir ja schon. Das ist ein bisschen mit dem Tremor-Hieb. Nein. Da drüben. Ja, solltest du das schon machen? Ich würde... Das ist da drüber. Der Wurgel-Shit. Das ist doch schon wieder verarsche, oder? Und wenn du so Flügel willst, würdest du das hier nicht schaffen? Nein. Dann hoch auf unsere tollen Flügel. Und ich dachte, man kann da richtig scheißig fliegen. Okay. Doch, jetzt geht's wieder runter. Super. Kann man das eigentlich nochmal benutzen? Achso. Da muss er jetzt irgendwas tolles mit machen. Kannst du da rüberspringen, auf dieses Metallgitter? Ich glaube nicht. Was ist, wenn du es nochmal benutzt? Geht's dann wieder hoch. Okay. Schauen wir uns mal um. Jetzt kannst du vielleicht zurückspringen und das andere höher machen, oder irgendwie sowas. Ich will nicht runter. Okay. Okay. Aber jetzt auch wahrscheinlich da, oder? Ähm. Wo es auch noch irgendwas gibt, ist da hinten. Glaube ich. Da ist glaube ich irgendwie noch ein Eingang, oder so. Okay, okay, okay. Red. Ich hab immer nach neben gegriffen. Lauf mal ins Einde von dem Teil und fahr mal nach links. Oder das hier muss ich jetzt mal wieder runter setzen, sonst kommen wir ja gar nicht mehr hoch. Warum? Nee, du kommst da auch hoch, wenn es oben ist. Wie? Ja auch, genau so. Du konntest dich trotzdem hinhangen. Nee, da ist doch nichts. Kommt man da irgendwie hin? Okay. Also ich denk mal, wir sollen da hoch. Ich würde sagen, du gehst wieder auf die Teile hoch, oder? Ja. Wenn ich's nicht verstehe, warum man das letzte Mal runterfahren kann. Wenn du jetzt da lang gehst, muss ich nicht verstehen, oder? Nein. Okay. Hey, wie komm ich denn sonst hier hoch? Ja, wieder über dieses Teil da rechts hoch springen. Nein, das geht doch nicht. Doch. Es geht. Achso, okay. Das hast du, glaube ich, vorhin sogar einmal gemacht. Ja, jetzt überfordert. Kannst du was abschmeißen da oben? Nein, hau mal dagegen mit deinem Handschuh. Nein, hau mal, ja. Na, blau, ja, schau. Geh, eh, ja, schau mal. Ich wollte nochmal zeigen, wie hoch er springen kann. Wie sie es jetzt halt echt. Ich sehe, da bist ja komisch. Ich glaube, das geht schon von dem Rechten aus. Sehr unnobig, wenn der Kopf beginnt. und dann hier ausgehen keine Wende nicht da sein nur um dahinten sind Soldaten zu kriegen Kultus das ist komisch wenn man das mit ihm runterfahren kann warum kann er sich eigentlich da nicht festhalten? dem Ding können wir vielleicht noch irgendwas machen können wir das vielleicht da oben drauf bringen und dann rüberschlagen über das Ding hier können wir es hoch das können wir ja runter dann müssen wir die immer runter machen rüberschießen, hoch machen stimmt, ja das kann ich nicht nur dafür lassen ich muss hier von hinten hin ne du kannst es vielleicht auch von der anderen Seite nehmen kannst du ja auch von rechts nehmen achso ja bestimmt musst du eh noch machen ich bin wütend jetzt musst du schauen dass das andere auch runter gefahren ist nicht wir sind nachdenken wir sind das ist dein Problem ist das ist diese Ach, scheiße. Genau. Aber das ist natürlich scheiße, dass wir da nicht mehr hoch springen. Entschuldigung. Wie kannst du nur? Du kneifst dir das nächste Mal. Okay. Ich würde das erstmal hochfahren, bevor ich rüberspringe. Das wird ja langsam zu so einem richtigen... Wie nennt sich das? So, bro? Ja. Das kommt mir so knapp vor. Schnell rüber, bevor es unten ist. Nein, passt doch. War. Ist ja schön. Ja, finde ich auch. Wieder hoch und dann dagegen wahrscheinlich, oder? Ja. Also dann hoch springen. Bringt uns dann was? Dass wir oben sind. Wir können drauf springen. Achso, ja klar. Ja, stimmt. Dann soll das jetzt irgendwie kaputt machen. Ich würde sagen, wir schauen uns vielleicht vorher hier nochmal rum. Oder so rüber. Oder wurde uns irgendwas angezeigt. Noch ein Weg oder sowas. Aber die weiße Plattform. Ja, da komme ich nicht hin. Das ist geil, dass wir jetzt endlich zerstören können. Da ist es noch. Ich kriege da nochmal nichts nicht. Ich kriege alles durch. Frank will ja eh drücken. Scheiße. Das ist eh voll. Wir haben vorher. Gut, dann bräuchte. Ich glaube, die kannst du auch sofort one-hooken, oder? Ich bin eh schon. Aber ich brauche ja kein Leben. Ich hol mir lieber mehr Geld. Ich will das vor euch machen, wenn ich will. Ja, eine hast du ja auch übrig gelassen. Eins. Achso. Hm. Hör da. Ein Trick. Da war die Lady. Ja. Du bist immer ein bisschen. Ah, der ist ein Trick. Der Angriff ist der Endkrieg. Das ist von mir. Niemals dazu kommen. Na? Niemals dazu, wie der Angriff kommen. Der ist Endkrieg. Ja, genau der. Alter. Neh mal die Waffe, wenn du so ausfüllen. Ach, schnell. Genau, lass sie nochmal hüten. Jetzt kannst du bestimmt mit dem Handschuh dieses Teil am Ende zertrümmern. Anscheinend hat sie schon wieder mit dir gespielt. Hoffentlich versagst du beim nächsten Mal nicht wieder. Das hätten wir denn bitte machen sollen. Oh Gott, ich werde... Oh Gott, ich werde... Oh Gott, ich werde... Ich glaube Pause. Pause? Pause. Bis gleich. Okay, bis zum nächsten Mal.